Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ja, wir moinen erstmal aus der Runde und hallo aus Flensburg, hier ist der Videotheker Timo und ich habe mir heute in mein Hotel, es wird schlechte Wortwitze geben heute, ich kann es nicht anders, es geht nicht anders, es ist ein zwanghaftes Verhalten. Ich habe mir zwei wunderbare Gäste eingeladen, nämlich einmal meine Lieblingscomic-Illustratorin, die Schlogger, hallo. Hallo, ha 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 ha, fang gleich an mit dem Lachen hier. Und ich gehe glaube ich nicht so weit, wenn ich sage, ich habe hier eine passionierte, Wortwitz implied, ich hoffe er wird verstanden, eine passionierte, sag mal Guilty Pleasure-Guckerin mir aus Holland eingeladen, nämlich die Kati, hi. Ja, das stimmt, also da mache ich auch kein Hinweis, alles was im Reality-Trash-TV stattfindet, finde ich ja meistens sehr unterhaltsam. Ja, es sei dir verziehen, denn ich bin ehrlich, ich habe natürlich in der Recherche vorher ein bisschen geguckt, so Mensch, und da habe ich mich erinnert, hat die Kati nicht irgendwie auch mal was über diese Ochsenknechts und sonst was irgendwie gemacht bei uns? Dann haben wir uns ausgetauscht und dann kam raus, nee, da haben wir eigentlich gar keine Besprechung, aber mir war doch so, du hast das gesehen und mochtest das auch, auch sowas wie Keeping Up with the Kardashians, oder? Ja, Kardashians nichts, aber Ochsenknechts finde ich sehr spannend, muss ich sagen, ist halt bei mir auch viel Kindheit mit Wille Kerle und so, und Kardashians habe ich auch, also von das Neue, als auf Disney Plus ein, zwei Staffeln geschaut, ist halt einfach, keine Ahnung, macht irgendwie Bock, ich kann das nicht alleine schauen, ich brauche immer wen, mit dem ich das schaue, aber zum Glück habe ich auch Freunde, die das mögen, deswegen geht das schon. Wie ist das bei dir, Schlager, Doku-Soaps oder Reality-Soaps, sind das so dein Ding, oder lässt du da die Finger von und sagst, geh mir weg mit dem Shores? Habe ich früher viel mehr geguckt als jetzt, ich bin ja die Hälfte der Zeit alleinerziehend, also im Wechselmodell und dann sitze ich halt abends zu Hause und wenn man normalerweise dann einen Partner da hat, dann ist das die Zeit, die man sich auch gerne mit nicht nur Filmen, sondern auch Trash-TV vollstopft, weil man da so schön wunderbar drüber lästern kann. Und dadurch, dass das jetzt bei mir gerade wegfällt, habe ich weniger Trash-TV geguckt, aber ich bin dem nicht abgeneigt, um es so zu sagen. Ich habe jetzt auch, wir werden ja gleich über Kaulitz und Kaulitz sprechen, ich weiß noch nicht, ob ich das allein geguckt hätte, aber ich habe das mit meiner besten Freundin zusammengeschaut und das war auch sehr spaßig. Ach guck mal, das ist doch super. Genau, ich wollte darauf hinaus, dass wir natürlich heute über ein etwas anderes Serienformat, beziehungsweise einen anderen Content reden, denn bei Netflix, ich glaube heute, also wir nehmen heute, wir sind ja transparent am Dienstagabend auf, da ist eine sogenannte Reality-Soap entstanden, beziehungsweise veröffentlicht worden ist sie schon, nämlich die Doku-Soap oder Reality-Soap Kaulitz und Kaulitz, der beiden Tokio-Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, die acht Folgen, die wir dann auch vorab gucken durften und alle am Stück, ich bin ehrlich, ich war überrascht und hatte es nicht mehr auf dem Schirm, wie groß diese Band Tokio Hotel damals war. Also ich, klar, ich kenne durch den Monsun als Elit, ich kenne auch Schrei, aber dann hört es A auch bei mir auf und B war mir nicht mehr auf dem Schirm und hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass die ja MTV Awards gewonnen haben. Und ich glaube, ich habe gelesen, 20 Millionen Platten verkauft haben, das ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie können die sich, die jetzt ja beide in den USA leben, wie können die sich das eigentlich alles leisten? Wir haben vorab schon besprochen, bei Kati können wir so ein bisschen sagen, die ist ja, das ist ja die Gnade der späten Geburt, die hat das alles nur so in der Peripherie wahrgenommen als Fünfjährige. Wie war das denn bei dir, Johanna? Äh, wie war das bei dir, Schlogger? Ähm, bist du damals mit Tokio Hotel Bettwäsche eingeschlafen oder konntest du mit den beiden, also das sind ja nun mal die beiden herausstechenden Merkmale von Tokio Hotel, die beiden Kaulisbrüder, konntest du mit denen so gar nicht connecten? Also ich bin ja etwas älter und ich kann mich wirklich noch ganz genau daran erinnern, also damals hatten wir ja noch, das war ja die Hochzeit von Musikfernsehen, MTV und Viva. Das ist auch für eine Mythos für mich. Ja, aber das ist wirklich krass, also du hast den Fernseher angemacht und dann liefen die Musikvideos und ich kenne heute, ich kenne null Musikvideos, aber damals kannst du fast mehr die Videos als die Songs und auch damals krass viel Trash-TV geguckt, hier die ganzen Verkupplungssendungen, hier Next und Rock of Love und die mit Flavor Flav und mit New York danach, boah, das war alles, boah, hab ich alles geguckt, egal. Genau, zu den Musikvideos und ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt es war, von wann ist Durch den Monsun? 2005. Äh, 2007, ne, oder so? Ist das 2005? 2005 sogar schon. Okay, 2005 war ich dementsprechend 19, also hing viel vom Fernseher rum, ich weiß nicht, da war Abi bestimmt schon gerade durch und jetzt nochmal, ich kann mich daran erinnern, wie ich das erste Mal durch den Monsun nachts irgendwie um halb zwei lief das und das Lied fing an, ich dachte, ja, was ist das denn für ein Song? Und dann war ich total verwirrt, weil Bill ja so eine Manga-artige, in Deutschland noch recht ungewohnte Optik mitgebracht hat, die er auch bei Star Search schon hatte, als 13-Jähriger und da hab ich dieses Lied gesehen und hab das durchgeguckt, das Video und war total fasziniert und wusste gar nicht, was ich davon halten sollte. Dann ging der Hype los, ich wusste damals schon, dass die in Russland krass berühmt waren, so viel hab ich dann mitbekommen und ich hatte tatsächlich ein Album von denen, ich glaube es hieß Schrei und das fand ich auch ganz gut damals, weil ich mochte immer Rock und ich mochte auch Deutschrock und die gingen mit diesem Album zumindest in die Richtung. Die Songs heute von ihnen, die kenne ich nicht mehr, ich kannte nur den einen Song, weil ich mir meistens mit meinen Freundinnen die erste Folge zumindest Topmodel angucke und da war ja letztes Jahr ein Song von ihnen der Titeltrack. Was auch gar keine Fächer-Dirkschaft ganz sicher war. Nee, ganz sicher nicht. Zufall. Aber es ist mir viel zu poppig jetzt geworden, aber ich mochte ihre, die Songs, die ein bisschen rockiger waren, also wie gesagt Schrei zum Beispiel damals. Aber ich hatte nie keine Bettwäsche von ihnen und auch keine Poster. Und du, lieber Timo. Das ist ein kleines bisschen Enttäuschung, über die nicht vorhandene Bettwäsche. Ich konnte mit Toko Tate nie was anfangen, ehrlich gesagt. Ich finde durch den Monsun ein träges, schlechtes Rip-off von The Cure-Liedern, aber es ist okay. Ich mochte dieses Schrei tatsächlich lieber, auch wenn das ja ein bisschen unter dem Radar quasi gelaufen ist. Also als quasi Follow-Up-Single hat man das ja immer schwer. Aber ansonsten, mir war nicht bewusst, ich hab dann natürlich bei Spotify mal ein bisschen recherchiert, dass die jetzt auch doch diverse Alben noch in den letzten Jahren rausgebracht haben. Ich bin kein Topmodel-Gucker mehr. Ich bin immer so enttäuscht, seitdem Piep nicht mehr dabei ist. Und deswegen, ich hab mit Tokio Hotel wirklich kaum Verbindung gehabt. Irgendwann ploppte halt auf, dass der eine von denen mit Heidi Klump verheiratet ist. Okay, ja, und das war's dann auch. Ich hab dann irgendwie mal wahrgenommen, da muss Kathi mich korrigieren, falls das nicht stimmt, die kennt sich da besser aus als ich, dass die irgendwie mal bei Wer stiehlt mir die Show mitgemacht haben. Ja, der Bill hat mal bei Wer stiehlt mir die Show mitgemacht. Und die sitzen oder saßen ja beide auch in der Voice-Jury. Ah ja, genau. Und haben dann auch auf, boah, war das RTL Plus oder Joy, wenn man sich auf irgendeinen von den Privatsendern für das Online-Angebot, dieses That's My Jam, was damals die deutsche Version von diesem Jimmy Fallon-Format war, moderiert, was ich grauenvoll fand. Oh, okay. Und genau das, und da sind sie mich wieder begegnet dann, weil, also, für die Musik war ich zu, ich konnte mit denen da auch nie was anfangen. Und dann, genau, ist mir dann aufgepoppt, dass der Tom jetzt mit der Heidi Klump verheiratet ist. Und dann waren die irgendwie auf einmal wieder präsent, vor allem im deutschen Fernsehen. Und dann waren die da mal da am Moderator und mal da zu Gast und mal dort. Und auf einmal waren die irgendwie wieder... Ja, ich hatte auch nicht auf dem Schirm, toll wie wir heute unsere Bildungslücken in Sachen Tokio Hotel und Kaulitz-Brüder offenbaren, dass die diesen Gottschalk-Move gemacht haben, dass die nämlich dann vor 10, 15 Jahren schon in die Staaten übergesiedelt sind. Und das hatte ich nicht mitbekommen. Also, na klar, merkt man so, dass die nicht mehr im Boulevard in Deutschland so viel Präsenz haben. Aber seien wir ehrlich, je älter man wird, das wird Kathi vielleicht noch immer noch so gehen, interessiert an dieser Boulevard-Scheiß ja irgendwann ja fast gar nicht mehr, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und deswegen habe ich das wirklich nicht mitbekommen und finde es gleichzeitig beeindruckend. Ich meine, es sind ja Kolleginnen und Kollegen von uns, die beiden. Also, die machen ja auch einen Podcast. Deswegen von Bill und Tom lernen heißt es auch von Siegern lernen. Deswegen habe ich mir hier gerade eine Weißweinschorle reingestellt, wollen wir podcasten. Ja, wir schlagen jetzt die Brücke zu dieser Dokushob an sich. Also, ich hatte ja schon gesagt, es gibt acht Folgen. Wir haben so eine Laufzeit von circa dreiviertel Stunde bis Stunde, je nach der Folge. Und ja, worum es geht, weiß ich, wollen wir das großartig erwähnen? Müssen wir das machen? Findet ihr das wichtig? Erzählt doch mal. Nein, es geht einfach um ihre Leben. Also, ich finde, was wichtig ist zu betonen, ist, dass es keine Tokio Hotel, Doku oder was auch immer ist. Also, es geht wirklich, wie der Name schon sagt, in der Serie heißt Kaulitz und Kaulitz. Es geht um Bill und Tom Kaulitz. Es geht um die zwei und ihre Leben in den A eigentlich und was sie sonst in Deutschland so noch anstellen. Aber es ist kein Fokus auf der Band oder kein Fokus auf ihrer Musik oder was auch immer. Es ist wirklich ihre Privatleben eigentlich. Oder je nachdem, was sie davon zeigen wollen, wo der Tom ja auch ganz am Anfang schon klar macht, ja, mein Haus kriegt ja nichts zu sehen. Und da bin ich so, jo, offene Türen, hier kommt eine rein. Ich zeige euch alles, was mit mir abgeht. Ja, genau. Und auch die, die sich jetzt erhoffen, dass sie von Heidi Klum jetzt irgendwas mitkriegen oder wie sie stellt sich ja selbst kurz auch als Heidi Kaulitz vor. Die heißt nicht wirklich Heidi Kaulitz, das hat sie nur gesagt oder die gibt doch ihren Nachnamen nicht her. Ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht, also, keine Ahnung. Okay, jedenfalls, die Leute, die sich erhoffen, dass sie da von Heidi jetzt viel mitbekommen, und das wird auch nicht passieren. Wie du schon sagst, Heidi, Tom sagt ganz eindeutig von der Familie und von meinem Privatleben zu Hause, kriegt ihr nichts mit, aber unterwegs begleiten wir dann eben auch Tom, da ist er dann auch dabei. Wie geht es denn euch mit dem Faktor, den ich immer ganz wichtig finde, und das ist gerade bei solchen Dokusoaps oder Reality-Soaps, finde ich immer so ein zweischneidiges Schwert, diese vermaledeite Authentischkeit. Ich muss schon mal vorab sagen, ich fand es in einigen Sachen, und ich kann das auch an einem Beispiel später noch versuchen, ein bisschen zu argumentieren, ich fand es teilweise natürlich, weil es eine Aneinanderreihung von Banalitäten ist, das muss man jetzt wirklich sagen, also es geht hier nicht um wichtige Dinge, die diese beiden Menschen erleben. Das ist jetzt nicht böse gemeint und auch nicht, wenn wir jetzt ganz viel Hate von den Tokio Hotel Ultras bekommen, das nehme ich in Kauf, das meine ich wirklich nicht böse, aber ihr kennt es doch, wenn ihr sowas kennt wie die Ochsenknechts. Ich bin zum Beispiel, das hatte ich vorhin noch gar nicht gesagt, ich habe die Osborns damals bei MTV geliebt, weil das einfach so lustig war, weil dieser Wahnsinn in vier Wänden da gezeigt wurde. Und hier hat man das Gefühl, wird es manchmal so ein bisschen bemüht, weil so ein paar Konstellationen einfach, wie ich finde, dieses Authentische ein bisschen vermissen lassen. Wie war das bei euch beiden? Ladies first, aber auch natürlich die junge Dame zuerst. Kathi, erzähl mal. Also ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, also ich habe die alle acht Folgen gesehen. Ich fand auch, zum Beispiel Folge sieben, sich komplett sparen können. Ich brauche denen nicht dabei zuzuschauen, wie sie mit einem Wohnmobil durch die Wüste fahren und dann Traumdeutung machen. Das interessiert mich nicht. Ich will eben das sehen, was du schon gemeint hast. Ich will sehen, was sie da so anstellen. Und ich bin ganz ehrlich, es ist mir komplett egal, ob das inszeniert ist oder nicht. Ich hatte eine gute Zeit damit. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Sachen zumindest so wie sie, vielleicht nicht eins zu eins, aber zumindest von dem, was passiert ist, schon so stimmen. Weil also vor allem, was sie halt zu einer Öffentlichkeit gemacht haben, das kann man ja auch nachvollziehen. Also sie saßen halt wirklich bei The Voice in der Jury und das mit Marc Eggers habe ich auch so am Rande mitbekommen, was dann im Oktoberfest passiert ist in den Medien. Das heißt, das wird schon alles so stimmen. Wenn dann einzelne Sachen jetzt nicht genauso passiert sind oder übel sind, jetzt sind ganz ehrlich, das ist mir bei sowas, wie du schon meinst, wo es nur um Banalitäten geht, wo es jetzt niemandem ja wehtut, wenn man Sachen überspitzt oder was auch immer, ist mir das komplett egal. Da zählt dann nur, dass sie nicht am Schauen dann Spaß haben. Das haben sie geschafft damit. Wie war das bei dir? Oder ist das bei dir, Schlager? Authentischkeit ist egal, oder? Authentischkeit. Ja, also... Ja, authentischkeit. Das ist ja auch die Frage bei jemandem wie Bill, der die ganze Maschine ja schon so ein bisschen am Laufen hält, das wird ja auch öfters erwähnt, der mit 13 schon im Rampenlicht steht, da kannst du dich ja fragen, okay, der ist jetzt damit groß geworden, der ist eine Rampensau, was ist jetzt da Authentizität? Und wenn er da eben die Rampensau ist, vielleicht ist dann seine Show dann die Authentizität. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, das ist eine schöne Gedanke. Genau, also vielleicht ist das, was er spielt, ist er einfach. Und das wird ihn ja oft genug zerreißen. Also wir sehen jetzt nicht, zumindest ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Und da wird schon angedeutet und immer mal gesagt, dass er auch depressive Phasen hat. Und das kann ich bei solchen Leuten, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das anders gehen soll, eben wegen dieser Zerrissenheit. Aber wie ihr schon sagt, es gibt keine große, umreißende, kein großes Problem oder irgendwas, was gelöst werden muss. Es sind halt, da nehmen sie einen Podcast auf, da muss er seinen amerikanischen Führerschein machen, da organisieren sie. Was ja auch das, also, ja, ich weiß nicht, ob das okay ist, dass sie auf Straßen fahren mit seinem Auto, aber gut. Ja, also er hat ja einen deutschen Führerschein. Ja, das stimmt. Und er sagt ja selber dann auch, okay, es ist schon krass, wie schnell er jetzt den amerikanischen dann vielleicht bekommen hat. Wir wollen ja nicht spoilern, was weiß ich. Aber was es eben spannend macht, ist die Inszenierung. Also das ist ja so, ich fand das vom Sounddesign und von der Erzählart her sehr kurzweilig geschnitten. Also es war witzig, es kam dann durch den Schnitt, kam da auch noch Humor rein. Und sie haben es ja immer so übertrieben, dass am Ende dann, das sind jetzt nicht die spannendsten Cliffhanger, aber es ist immer irgendein Cliffhanger am Ende der Serie, wo du denkst, nein, schaffen sie es jetzt, das Kissen zu wenden? Oder keine Ahnung. Also es sind völlig bescheuerte Cliffhanger, aber du bist trotzdem so, okay, ich finde, das wirkt recht frisch und albern und ich sehe, warum das wie geschnitten wurde und dadurch hatte ich dann schon Spaß. Oder wie ging es denn dir, Timo? Ja, ich bin da voll an Bord und ich habe ja im Vorspann sehr interessiert gesehen, dass die Konstantin da mit dran ist und der Otto Steiner das produziert. Das ist der gleiche Produzent wie LOL. Also der macht für Amazon die LOL-Folgen oder die LOL-Staffeln. Deswegen, du merkst da eine gewisse Handschrift, finde ich, also das ist kurzweilig inszeniert, wie du richtig sagst. Da sind diese typischen Panel-Kommentare, wo also die Beteiligten, das sind dann meistens Bill und Tom, da im Nachhinein nochmal was nacherzählen oder einfach so, es wird eine Szene abgespielt und dann kommentiert Tom, ja, das ist bei Bill dann halt so und so. Und das ist, wie du richtig sagst, das ist extrem catchy, das hat ein krasses, es ist krass gepacet, also es geht wirklich so ratzfatz, ratzfatz. Manchmal werden, also was ich immer spannend finde, was sie gut hinkriegen, ist so eine Dramaturgie innerhalb einer Folge und aber auch innerhalb dieser ganzen Staffel, ich hab jetzt sieben von acht Folgen gesehen, dass sie das so hinbekommen, dass das so eine Art von, und es ist wirklich die berühmt-berüchtigten Tüttelchen, die man hier setzen muss, es gibt eine Art Spannungsbogen, also es beginnt ja mit dem 34. Fragezeichen Geburtstag der beiden in der ersten Folge und da wird etwas, wo man besser aufpassen mit Spoiler nicht, dass die Leute sagen, oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt weiß ich ja, wie es weitergeht, jetzt kommt das nicht. Es wird etwas geschenkt von Bill an Tom und das wird dann in einer späteren Folge quasi eingelöst. Also das ist schon so, dass man vom Aufbau her nicht mehr kann. Ich hab nur ein kleines Bauchweh, was diese Authentizität angeht. Ich kann es nicht beweisen. Ich habe Himmel, Hölle und auch andere Dinge in Bewegung gesetzt. Diese Assistentin von Bill. Lina. Ja, ich kenn die irgendwoher und ich weiß nicht woher und ich wette, das ist eine Schauspielerin oder mindestens mal jemand, der vielleicht mal geschauspielert oder gemodelt hat. Ich find's ein bisschen schade, wenn das so ist, dass man das nicht transparent macht. Das ist so mein einziges kleines Kritikpunktchen an diesem Reality-Soap-Format. Also ich bin mir wirklich ziemlich... Aber vielleicht war sie ja Schauspielerin. Ja, dann soll ich es erwähnen. Dann soll sie sagen, hier, ich war mal Schauspielerin, jetzt bin ich halt die Assistentin oder sonst was. Also das ist so ein bisschen mein Ding. Eine Zuspitzung, eine andere Zuspitzung, die kaufe ich noch, wenn da eine gute Freundin ja einen nächsten Schritt geht, um auch ein bisschen kryptisch zu bleiben. Aber ansonsten gibt es da meinerseits jetzt von diesen üblichen Meckereien, gibt es da eigentlich wirklich nichts zu kritisch. Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich unabsichtlich Folge 2 für Folge 1 geschaut habe, weil irgendwie Chef Andi... Dann als Prequel sozusagen. Ja, weil Chef Andi für Folge 1 geschaut hat und dann das Netflix für Folge 2 direkt war. Also ganz ehrlich, ist es mir auch nicht aufgefallen. Also ich war so, dann fangt es halt direkt so mit diesem Geburtstag an. Ich war so, ja, ist schon ein krasser... Also ich schon ein unkondensueller Einstieg, aber ist mir ja egal. Weil ich weiß ja, wie Bill und Tom Kaulitz ausschauen. Ich kling das schon hinter. Und dann war ich so, ah, okay, nein, das ist nicht die erste Folge. Aber die erste Folge geschaut war so, okay, das macht mehr Sinn vom Einstieg her. Ja. Ja, und bei der ersten sind ja am Anfang schon ganz viele Sachen werden so angeteasert. Also es ist ja... Ich bin ja, wie gesagt, ich habe die dritten, die ersten drei gesehen. Und da geht es auch, ist auch ein großes Thema, dass Tom hat ja, wie gesagt, Heidi Klum. Er ist jetzt Familienvater, er ist verheiratet, er ist sesshaft geworden. Und Bill ist eben ein bisschen umtriebig. Er findet niemanden, aber möchte eigentlich auch. Er will eine große Liebe haben, was auch immer das heißt. Und sich eben, will jemanden, einen Partner haben, mit dem er sich binden kann. Und da bin ich schon total aufgeregt, weil man am Anfang sieht man ja, dass da ein Typ ist, der bis jetzt noch gar nicht aufgetaucht ist. Also sie machen schon am Anfang der ersten Folge, zeigen sie schon so Sachen, die werden dir so hingeschmissen, so kleine Fetzchen. Und ich frage mich so, okay, wann kommt dieser Typ? Wer ist dieser Typ? Was hat es mit dem auf sich? Und das haben sie auch interessant gemacht. Aber ich glaube auch, dass wenn man ein bisschen Medien-Courage von denen mitbekommen hat, man sich ziemlich gut denken kann, was da passiert. Also ich habe jetzt nicht, ich stalkte jetzt nicht auf Insta, also ich folge den beiden, glaube ich, nicht mal. Aber was so in meine Bubble hineingespült wird, habe ich mir da schon denken können, also auf was das da hinausläuft, weil das einfach dann doch aus Gründen, die ich auch nicht verstehe, weil Bild-Zeitung und so ein größeres Thema war es nicht sein sollen. Aber ja, also ich glaube, klar, wenn man so gar nichts davon mitbekommt, versteht, dass man sich das so denkt, aber bei mir war da ziemlich klar, was da auf mich zukommt. Ah, okay. Und wir denken ja, da können wir ja gleich noch drüber reden, wer die Zielgruppe für diese Serie ist, die das wahrscheinlich dann schon weiß. Genau, ja. Okay. Ja, ich würde das sogar jetzt schon mal anschneiden, denn ich habe heute mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie das Thema angeschnitten und da kam so ein, auch so ungefähr unser Alter, würde ich sagen, kam so ein, ja, ich glaube, ich gucke das dann am Ende doch, auch wenn es mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Ich glaube, das ist eine, das ist echt die Hauptklientel, das sind halt die zahlenden Netflix-Abonnenten. Wie gesagt, Eddie immer von den Rocket Beans, ich muss ja nichts bezahlen, ich habe das ja schon, deswegen gucke ich das dann. Ich glaube, das wird halt vielen so gehen, die sich vielleicht auch gar nicht so sehr für Tokio Hotel, also die jetzt keine Musik mehr von denen konsumieren, sondern das wird einfach so sein, ach ja, ich kenne die, ich kenne das von damals, ich gucke mal rein und ich, ich kann mir vorstellen, du sagst es ja richtig, diese Cliffhanger sind jetzt nicht die wahnsinnig großen Cliffhanger, dass man da irgendwie auf die Nägel sich kaut und denkt jetzt, wie geht es denn, warte, ich muss jetzt unbedingt weitergucken. Aber du wirst es nicht ausmachen, schätze ich, du wirst einfach weitergucken, weil es diesen Flow hat und einfach gut durchgeht. Ja, und Timo, ja, Timo, hättest, also ich habe dich ja vielleicht ein ganz klein bisschen dazu genötigt, das jetzt mit uns anzugucken. Sprechen Sie ruhig offen, Schlogger, du hast mich da reingequatscht, diese Nummer. Ich habe gesagt, Timo hat direkt gesagt, das ist ein, das mache ich niemals und ich so, okay, ist on. Das hat am gleichen Tag was ganz Gutes gehabt, das kann man demnächst bei YouTube dann sehen, aber das war auch so in dem Motto, ja gut, dann, ja, komm. Das ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, Filme von, fügen Sie hier einen bekannten Regisseur, den Sie nicht mögen ein und man sagt sich so, ja gut, dann gucke ich den halt mal und man weiß so, ja, ich werde es wahrscheinlich sogar mögen, aber ich hatte eigentlich selber keinen Antrieb. Deswegen, ja, vielen Dank, Schlogger, du hast meinen Horizont erweitert. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass zwei Hundewelpen wahnsinnig viel kacken und pissen, vor allen Dingen in die Bude, deswegen wird das für meine Kinder nochmal das Argument sein, nein, kein Hund, weil, guck mal hier. Einfach ins Herde sein und sagen, das passiert mit Hunden. So ist es. Hört auf Heidi Klum. Und, okay, aber die Frage war, hättest du das denn geguckt dann, weil du hast ja auch, hast du Netflix? Ja, wir haben hier im Haushalt Netflix und ich habe die erste Folge auch mit meiner Frau zusammen geguckt, weil ich dachte, komm, die ist doch, also meine Frau ist ein bisschen wie Kathi und Theresia von unserem Stammtisch, Grüße an dieser Stelle, guckt ja gerne sowas wie, wer steht mir die Show und diese Joko und Klaas Dinge und ich kriege die halt nicht so mit, deswegen kriege ich manchmal nicht mit, wann die laufen. Meine Frau guckt das dann gerne so im Real Life sozusagen und ist da ein bisschen mehr am Ball und deswegen habe ich gefragt, hast du Bock das zu gucken und dann hat sie eine Folge gesehen und danach, ich zitiere jetzt hoffentlich richtig oder paraphrasiere richtig, ich glaube alleine würde ich das jetzt nicht weiter gucken, hat sie gesagt und ich bin, glaube ich ähnlich, ich habe jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das jetzt vergesse, weiter zu gucken, ob ich das sehr vermissen werde. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach bei diesen sieben Folgen bleibt und ich das Highlight der achten Folge leider verpassen werde. Vielleicht, weiß ich, vielleicht müssen wir Dom bequatschen, dass er das für uns recapt, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir ihn dazu bewegt. Ich habe mir ja alle acht Folgen an einem Tag reinzogen und auch so die Hälfte davon wäre super in der deutschen Bahn. Das ist halt auch diese, diese Jugend, die ist auch schmerzfrei. Die sind echt, nee, wie sagen die Kids, das ist echt wild. Ja, also ich habe da, normalerweise kann ich dieses ganze, wie schon vorher gesagt, das ganze Trash-TV-Zeug auch nicht alleine schauen, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn man sich eben die deutsche Bahn nebenbei aufregt, kann man dabei auch sowas schauen, weil das flutscht zumindest so durch und man kann sich immer wieder darauf konzentrieren, muss ich da jetzt raus oder fahren wir doch weiter oder bleiben wir da jetzt länger stehen oder komme ich heute noch mal dort an, wo ich muss. Ich habe es nämlich auch im Zug gesehen. Ich bin richtig überrascht, wie gut das WLAN funktioniert hat. Ich auch. Ich habe es auch im Zug gesehen. Krass. Ja, also hat richtig gut, Netflix hat da irgendeinen Deal mit der Deutschen Bahn, dass sie da so extra viel Daten abbekommen, dass man das im Deutschen Bahn WLAN, die drei Folgen, die liefen ohne einen einzigen Aussetzer. Das stimmt, ja. Das war echt krass. Ja, ich muss zu meiner, ich bin ganz ehrlich und transparent, ich bin authentisch. Ich habe es immer über meinen eigenen Hotspot geguckt, weil ja die Telekom, wir kriegen kein Geld dafür und ich auch nicht an dieser Stelle, aber die Telekom hat ja ihren Kundinnen und Kunden zugesichert, während die M kostet das Datenvolumen nichts, sprich das ist alles unbegrenzt und das nutze ich natürlich volle Kanne aus, weil ich die Erfahrung heute Morgen wieder gemacht habe im Zug, der Zug bleibt stehen, das WLAN ist weg. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, jetzt machen wir das Video über den Hotspot. Ey Timo, du bist so authentisch, man sollte über dich eine Doku-Sop machen. Ja, ich will ja nicht zu viel verstehen, nein, Quatsch. Deal mit Netflix ist schon eingetötet. Ich wollte noch, weil ich so, was bleibt von dieser Serie hängen oder von dieser Doku-Reality-Sop, ihr wisst, ey, ich kann mir das nicht merken, was es ist. Ich habe ein Zitat, habe ich, Vorsicht, wenn die Heidi anruft, das fand ich immer ganz spannend, weil da wird dann einmal, geht er nicht ran und ich dachte, oh, wird jetzt ein Konflikt darauf beschwunden? Nee, wird er nicht und mein Lieblingszitat, es geht um die Memory. Das ist ganz wichtig, es geht um die Memory. Wo ist die Memory-Box? Wo ist die Memory? Ja, es wird auch gestort, also es gibt ein Storage, also es ist wirklich, also man kann es sich nicht, alle, also wirklich by the book, die ganzen Steps, die hier gemacht werden, habt ihr bestimmt in irgendeiner anderen Form schon mal in jeder anderen Reality-Soap gesehen, das muss man echt an dieser Stelle sagen. Es steht und fällt, finde ich, so ein Format immer mit der Sympathie oder Antipathie gegenüber den Charakteren. Und jetzt mal Butter bei die Fische, Kati, wie schaut es denn jetzt aus? Sind die beiden, das sind für mich ja nun mal die Hauptcharaktere in dieser Doku-Soap, sind die für dich relatable, findest du, kann es mit den Connecten, findest du die catchy, wie ist das bei dir erzählt? Also relatable würde ich die jetzt nicht nennen, einfach aus dem Grund, dass die halt wahrscheinlich acht Stellen mehr am Konto haben als ich. Oh, kurzer Einschub, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, Alter, also ganz ehrlich, ich habe auch gewusst, dass die Erfolg rein haben, dass sie so viel Geld haben, dass sie schon, also die müssen was richtig gemacht haben damit, dann respektiere ich die auch. Und so im Rest, wir haben noch, es gibt zwar schon Napster, aber Napster ist natürlich damals furchtbar illegal gewesen, deswegen auch wahrscheinlich eine Klientel gehabt, die sich Platten gekauft hat und da auch Streaming noch nicht so ein ganz großes Thema war. Ich sage mal so, es war ja so in den 70er, 60er, 80er war es ja, hast du einen Hit, hast du ausgesorgt, wenn du es halbwegs vernünftig anstellst. Ich musste auch noch mal in der Recherche gucken, die haben echt in Deutschland und Österreich, ich glaube insgesamt vier Nummer 1 Singles gehabt, wusste ich auch nicht. Ich hätte halt gedacht, eine nehme ich durch den Monsun, aber die haben 20 Millionen Platten verkauft und es gab mal so eine Rechnung, ich glaube der Wolf, falls du den jemanden noch kennt, like wer ihn noch kennt, hat mal erzählt, ich kriege pro Platte 1,50 Euro, also 3 Mark hat er damals gesagt und wenn das jetzt auf Tokio Hotel übertragbar wäre, durch vier geteilt, kriegt jeder halt, was weiß ich, einen Euro pro Platte bei 20 Millionen Platten reicht wahrscheinlich für zwei Mal am Tag warm essen. Macht mich auf jeden Fall, also hat mich aber auch beeindruckt, denn das ist, das muss man sagen, vielleicht nicht für wen ist diese Doku Soap etwas, sondern was soll das eigentlich bringen? Ich finde, es betreibt vor allen Dingen eine Sache exzellent für die beiden, nämlich Markenstärkung. Die Marke Kaulitz ist durch diese Doku Soap total gestärkt. Aber das ist das, was sie wollten, weil sie haben ja, also das Ganze ging ja, so weit ich das jetzt rausgehe, aber der Doku davon aus, dass sie jetzt ihren Kaulitz-Hill-Podcaster hat und dass sie das jetzt sozusagen auf die Video-Ebene bringen und ich meine, ich glaube, sie haben sich ja auch wirklich mit diesem Podcast dann nochmal was aufgebaut, was, weil die waren ja wie gesagt nicht mehr präsent und durch diesen Podcast, glaube ich, sind die da auch in das Ganze da wieder irgendwie reinkommen und reingeschnitten, sind sie halt wieder da und ja, wie ich vorhin gesagt habe, also Relatable würde ich jetzt nicht sagen, weil, also deren Lifestyle hat einfach nichts ist, mit dem ich mich identifizieren kann, aber vielleicht macht doch genau deswegen, macht das den Reiz aus, macht deswegen so viel Spaß, weil man denen halt bei was zuschaut, wo man sich so denkt, so ja, Alter, also das ist halt komplett übertrieben und deswegen messe ich mich da auch gar nicht mehr dran, weil was soll ich damit und vielleicht macht das deswegen genau den Spaß und den Reiz aus, dass man sich das anschauen und denkt, so ja, sympathisch sind schon beide irgendwie und das reicht dann auch. Ja, und du versuchst ja auch so ein bisschen, also, weil man vielleicht auch manche Sachen nicht mitbekommen hat, ich zumindest, ich bin ja dann ein bisschen mehr als Timo, aber viel weniger als du, Kathi, drin, sich zu fragen, wie, was ist da noch, also es ist ja keine Doku, aber sie schneiden ja schon so ein bisschen immer wieder rein, so zum Beispiel die Preise, die sie gewonnen haben oder wenn Bill erzählt, das Outfit habe ich bei der Preisverleihung mit Michael Jackson getragen oder so, ja genau, da kriegst du ja schon ein bisschen Hintergrundwissen dann mit, das finde ich ganz spannend und die Figur Bill ist natürlich sehr, was sagt man da, extravagant. Ja, extravagant und extrovertiert, also so eine, ich glaube die Amerikaner sagen dazu immer so eine outgoing personality. Ja, und das finde ich immer total spannend, solchen Leuten, die, wie ich ja vorhin schon meinte, die vielleicht geborene Rampensäue sind, die machen einfach, denen macht es einfach Spaß zuzugucken, ich finde es natürlich noch interessanter, wenn man auch die Abgründe mitkriegen kann, aber ich kann total verstehen, dass man, es ist vielleicht auch smart, dass man die nicht zeigt, um sich davor zu schützen, dass die noch mehr ausgeschlachtet werden. Ja, obwohl das ja auch ein bisschen dann passiert, aber es stimmt schon, natürlich steht da immer das Positivere alles im Vordergrund. Ja, das ist auch okay. Also klar, ich als Trash-TV-Schauer, ich bin natürlich ein ekelhafter Mensch und will das alles sehen, aber ich finde es eigentlich viel besser, wenn die uns eben klug, dass die das nicht so zeigen und ich habe mich dann währenddessen gefragt, warum sie die Serie nicht auch Kaulitz-Hills genannt haben, um da so ein bisschen was aufzubauen, aber es wird schon irgendeinen klugen Grund haben, das auch dann vom Namen her so ein bisschen abzugucken. Wahrscheinlich einfach Markenrechte, aber ja. Ja, das kann sein. Ich glaube, sie machen eine Sache, die wir nicht sehen in der Doku oder in dieser Reality-Soap, sie sind, glaube ich, wahnsinnig gut beraten, was diese Sachen angeht. Also sie müssen einen wahnsinnig guten PR-Typen oder eine wahnsinnig gute PR-Typin haben. Dass Grüße an viele Fußballstars aus den 80er Jahren, die irgendwie dann einen Fanshop geleitet haben und dann doch noch irgendwie mal in den Dschungel müssen, das wird, glaube ich, den Bleiben nicht blühen, die hätten eher, wahrscheinlich würden sie es eher, da würde ich eher auch den Bild in Verdacht nehmen. Ja, ja, definitiv. Sie hätten halt mal Bock wahrscheinlich und würden sich das antun und ein bisschen die Rampe nutzen, aber... Sie brauchen es nicht. Genau, sie brauchen es halt wirklich nicht, denn das ist so ein bisschen, manchmal so der Vorwurf, ich kann mich zum Beispiel so damals an eine Doku oder Reality-Soap mit Lodder Madeus erinnern, wo wir dem guten Lodder dabei zugeschen haben, wie er in der Edelstahlpfanne versucht, Spiegeleier zu braten. Ist halt eine doofe Idee, weil man eine beschichtete Pfanne nehmen sollte. Oder das sagt dann der Lodder auch so schön, ich hätte die beschichtete nehmen sollen. Solche Momente hat man hier, finde ich, auch. So diese lieben, kleinen, netten Trotteleien, gerade so bei Bill, der dann irgendwie ein paar Sachen nicht weiß. Aber so im Großen und Ganzen hat man nie das Gefühl. Backpulver und Mehl sind zwei unterschiedliche Sachen. Okay, das sagt Tom. Jetzt müssen wir hier kurz Bill verteidigen. Ja, das stimmt. Aber das ist halt so das Ding. Man hat nicht das Gefühl, dass sie das jetzt unbedingt brauchen, weil sie die Öffentlichkeit suchen, sondern das ist ein weiterer strategischer Marketing-Stunt. Und der funktioniert leider erschreckend gut, muss man wirklich sagen. Ja, aber es ist auch eine schöne Konklusion, oder? Dass man, dass zumindest wir das Gefühl haben nach dieser Doku, dass sie das nicht, oder dieser Soap, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollten. Ja, das ist wirklich auch sehr angenehm zu sehen. Und ich habe, also man kann jetzt nicht von Spielfreude sprechen, aber man hat schon so das Gefühl, und das ist wieder ein Lob an die Dramaturgie des Ganzen. Und man sieht ja auch im Abnachspann, dass ja die Creative Consultants die beiden selber waren. Das heißt, die haben auch anscheinend ein bisschen gewisses Gespür für sowas. Es sind halt sehr runde Episoden, es ist ein sehr runder Bogen dabei und man hat immer so das Gefühl, es ist belanglos, es ist trotzdem unterhaltsam, es ist teilweise wirklich lustig und ich glaube, Schlogger konnte sehr gut mit beiden connecten, denn sie haben ja auch so einen Signature-Move, finde ich, wenn sie was im Off kommentieren, dass sie es kommentieren, das ist eine leichte Pointe und sie lachen sehr. Also das Schlogger-Giggeln, das kennen ja unsere Hörerinnen und Lieben ist abgöttisch, da wirst du wahrscheinlich sehr connecten haben. Und das ist das Schöne, wenn man jetzt auch mal so diese beiden Zwillinge gegenübersteht, die sind halt irgendwie grundverschieden, der eine ist schwul, Single, keine Kinder, der andere ist natürlich, das sind nicht seine eigenen Kinder, vierfacher Stiefvater, sind es vier, fünf, ich weiß es nicht, verheiratet mit einer älteren Frau, relativ sesshaft, gleichzeitig als Gitarrist ja auch immer so ein bisschen im Schatten des Liedsängers, deswegen, das ist so ein spannendes Gegensatzpaar. Aber du brauchst die auch nur anschauen, wenn die im Interview nebeneinander auf dieser Couch sitzen und der Bill in seinem grünen Glitzeranzug da sitzt, wenn der Dom neben ihnen in Jogginghose und grauen Pullis sitzt. Also unterschiedlicher könnten die beiden ja nicht sein und das merkt man ja auch, wie sie ihre Phase gestalten und so, aber da finde ich den Kontrast auch schön, den es da reinbringt und das, wie gesagt, macht einfach Spaß. Und so unterschiedlich sie auf der Oberfläche sind, den von mir angedeuteten Move machen sie halt wirklich beide. Sie sagen etwas, das ist leichtwitzig und sie beide lachen. Sie lachen natürlich in anderer Weise. Tom, ein bisschen zurückhaltender Bill, ein bisschen outgoing, ein bisschen exaltierter, schönes Wort, genau. Aber sie sind sich dann irgendwie ähnlich. Es gibt eine Szene, die ist mir heute nochmal unter die Augen gekommen, als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich fast schon richtig gut vom Dramaturgischen geschnitten. Ich weiß gar nicht, ist es ein Spoiler, wenn ich was verrate über, Stichwort Fingernägel oder soll ich versuchen, kryptisch auszudrücken? Was meint ihr? Nein, das weiß ich ja noch nicht mal. Ich glaube, das ist okay. Also hau raus. Ja, aber das ist ja. Okay, Schlager hält sich sonst kurz die Ohren zu. In 3, 2, 1 folgt ein milder Spoiler. Es gibt eine Sequenz, in der sich Bill den künstlichen Fingernägel rausreißt und den, wie nennt man das denn, den biologischen, den eigenen auch ein bisschen mit rausreißt. Also fast komplett. So, das wird dann halt aufgenommen und dann gibt es eine Szene, in der sie telefonieren und er dann irgendwann seine Assistentin aus dem Urlaub anruft und man hat das Gefühl, okay, ist das nicht ein bisschen viel Drama Queen? Und ich glaube, in der gleichen Folge sieht man dann im Schnitt, Gegenschnitt und teilweise im Splitscreen, wie sich Bill Botox spritzen lässt und Tom, das Auto, also die hat seiner Heidi eine alte Karre geschenkt und die muss halt repariert werden und ich glaube, er repariert sogar selber mit. Also da ist nochmal, wie Kathi auch schon sagte, der Kontrast so, Bill ist halt für sich selber ein sehr fürsorglicher Mensch, der sehr auf sein Äußeres achtet, während Tom halt auch sagt so, ja, also klar, der ist ja auch kein hässlicher, ich finde, er sieht halt ein bisschen aus wie so ein kleiner Cousin von Jason Momoa, muss man ehrlich sagen und das ist ja echt ein Lob, also Jason Momoa ist einfach eine coole Sau und du merkst aber, wie unterschiedlich sie dann sind, wie Kathi auch schon sagte, also der eine schraubt am Auto rum, der andere lässt an sich selber rumbasteln, also das ist schon ein spannender Kontrast. Kinas, Glaubst du nicht, aber spannend so bei eineigen Zwillingen? Ja, ne? Das ist doch, ja, echt faszinierend. Okay, ich mach's ein bisschen wie Cody Rhodes, what do you guys wanna talk about? Habt ihr noch irgendwas auf der Liste, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ich bin nämlich ehrlich, ich bin, ich bin schon durch und das liegt nicht an der Hitze, sondern ich hab wirklich ansonsten zu dieser Doku-Soap oder Reality-Soap nicht mehr so viel zu sagen. Ja, ich eigentlich auch, ich glaub ich hab alles anbracht, was ich anbringen wollte. Schön. Ja, ich auch. Ich bin froh, dass wir das hier gucken konnten, um da mal reinzuschauen, weil ich da sehr neugierig bin und bin froh, dass wir hier darüber gesprochen haben auch. Sollen wir eine Konklusion ziehen? Also wer so Reality-Formate mag, der wird auch hier, glaube ich, eine gute Zeit haben. Es sind acht Folgen, die gehen jeweils knapp eine Dreiviertel bis an eine Stunde ran. Ich glaube, es ist relativ zügig weggewinnt, an einem regnerischen Sommertag oder vielleicht so gegen Herbst, wenn die Nächte ein bisschen länger und die Tage wieder ein bisschen kürzer werden. Das wäre so mein Fazit. Das ist, wie gesagt, nichts Großartiges. Ihr erwartet da kein Shakespeare, kein Drama. Wenn ihr High-Defense seid, werdet ihr gegebenenfalls ein bisschen enttäuscht sein. Nicht, weil sie, weil auch, muss ich ja sagen, auch wenn es natürlich alles sehr, sehr geschminkt ist, aber sie sieht ja immer noch grandios aus, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die ist halt sehr, sehr wenig präsent. Finde ich an der Stelle aber auch schlau, weil sie ja nun ein eigenes Format mit Germany's Next Topmodel hat und da ja auch ein bisschen droht, immer omnipräsent zu sein und ein bisschen, dass man sich an ihr satt gesehen hat. Das wäre so mein Fazit. Wollt ihr noch was ergänzen? Ja, und weil es halt einfach auch Kaulitz und Kaulitz heißen, es geht um die beiden Brüder und ich finde auch schön, da ihre so Geschwisterneckereien und alles zu sehen und das, wie gesagt, wenn man auf sowas steht, dann kann man sicher Schlechteres schauen als Kaulitz und Kaulitz. Ja, es ist hochwertig gemacht. Die zwei Menschen sind durchaus sympathisch auch und durchaus auch unterschiedlich und ich fand es auch gut, dass Heidi nicht so oft auftaucht, dass man nicht denkt, dass sie die so, wir hatten es ja vorhin von Vetternwirtschaft, dass sie die irgendwie ausnutzen und noch mehr zeigen oder eben mehr vom Haus zeigen, damit eben Leute, die von ihr Fans sind, dann Kaulitz und Kaulitz gucken. Das fand ich eine angenehme Menge und es war, fand ich durchaus nett, die zwei Jungs dann zu sehen. Man merkt natürlich hier und da, klar, das ist auf jeden Fall bearbeitet, das ist nicht hier, wir filmen und das kommt direkt so auf Netflix, sondern natürlich gab es ja auch eine Zensur, aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Das sind ja auch Menschen, die genug gelitten haben, weil sie eben so jung ins Rampenlicht kamen und von daher finde ich auch genau wie ihr, das kann man leicht gucken, schnappt euch eure liebste Person, die gerne lästert oder was auch immer und dann werdet ihr da durchaus euren Spaß haben auch. Ja, ist glaube ich auch was für Leute, die jetzt vielleicht so wie Kathi, du und ich, ich glaube wir alle drei folgen den beiden nicht bei Instagram, wenn man halt denen schon folgt, dann wird man nicht viel Neues sehen und nicht viel irgendwie Erkenntnisse sammeln können, aber wer jetzt mit den Kaulitz-Brüdern in den letzten Jahren nicht so viel zu tun hatte, so wie ich, der wird manchmal denken so, ja okay, daran kann ich mich erinnern, oh krass, das wusste ich nicht mehr und dafür lohnt es sich dann vielleicht doch schon mal einzuschalten. Und wie gesagt, es ist im Netflix-Abo die Hemmschwelle oder die Hemmungen und die, wie heißt das denn? Wortführungsstörungen am Abend. Die Hürden? Nee, was meinst du? Die Schwelle, das zu gucken, die Hemmnisse. Die Schwelle stimmt schon, glaube ich. Ja, die Hemmschwelle, die Obstacles sind nicht so groß, das zu gucken. Ich bin schon so verdinglisch von den beiden Kaulitz-Brüdern, das ist die Schuld von Bill und Tom. Es geht um die Memory. Es geht um die Memory. Das könnte unser schönes Schlusswort werden, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen Werbung für uns machen, für uns selbst machen, weil wir einfach grandios sind. Also, Kathi, mache ich mal selber Werbung, ihr kennt sie vom Tele-Stammtisch, aber natürlich auch von ihrem tollen Movie-Podcast mit unserem Paule, In the Mood for Movie, da könnt ihr regelmäßig was Schönes an Genreperlen und den Movieperlen raushören, was die beiden immer besprechen. Die Schlogger, die kennt ihr sowieso, da habt ihr alle Bücher sowieso schon gekauft, die könnt ihr auf Comic-Veranstaltungen sehen, anfassen, wenn sie es erlaubt. Ganz wichtig, immer Fragen, Autogramme schreibt sie auch. Genau, und dann kommt ja auch mein Podcast Schlogger Hills und meine Sofos auf Schlogger und Schlogger. So ist es. Ich und meine andere Persönlichkeit. Ich wollte etwas anderes sagen, habe ich vergessen. Nein, genau, wenn ihr mit uns über Kaulitz und Kaulitz diskutieren wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne immer in den Kommentarspalten bei Social Media, sprich X- oder Twitter-Formals bei Social Media wie Instagram, bei Facebook sind wir glaube ich auch noch. Aber wir haben vor allen Dingen einen grandiosen neuen Discord-Server und da könnt ihr gerne, in der Folgenbeschreibung ist der Link, da klickt einfach mal drauf, meldet euch an, da müsst ihr gar nicht viel tun und dann können wir über Kaulitz und Kaulitz, über Brunner und Brunner, über drei Amigos oder sonst wen oder die Flippers auch reden, aber natürlich auch über so aktuelle Podcasts, wie wir auch zum Beispiel gerade Just produzieren, nämlich A Quiet Place Day One. Da könnt ihr reinhauen mit uns diskutieren, schaut da auf jeden Fall einfach mal rein oder liest euch das mal durch. Ich bin ansonsten durch, ich überlasse den Damen das letzte Wort, die dürfen sich drum kloppen und ich sage, um es mit Bill Kaulitz zu sagen, es geht um die Memory. Ich wünsche euch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss. Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal, tschau, tschau. Ja, bis zum nächsten, bis zum nächsten Trash-TV, mal schauen, wer da alles bespricht. Ich freue mich, seid dabei, bis dann, tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.